Schiffs kommen los, Fehlfunktion. Dienst offline. Ricardo! Ricardo! Ripley, die Explosion der Anasidora hat die Orbitalstabilisator zerstört. Demnächst fallen wir vom Himmel. Ich versuche die Torrents zu erreichen, aber der Funk ist immer noch gesperrt. Das von Ihnen angedockte Ambulanz-Shuttle ist im Eimer. Die Torrents ist der einzige Ausweg. Der Funkspruch von Verlaine wurde gerade aktualisiert. Hallo, Sie warst du wohl? Bitte um Antwort. Ein Schiff ist gerade an ihrer Steuerbordseite explodiert und hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Wir können nirgendwo andocken. Sagen Sie uns bitte, was vorgefallen ist. Wir können Überlebende aufnehmen. Ich behalte diesen Kanal offen. Torrents Ende. WDR 2 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Die Torrance. Sie haben die Meldung gehört. Sie wollen sie kontaktieren. Ich glaube, sie wollen sie gewaltsam übernehmen. Können sie das? Nein, die Funkverbindung ist immer noch tot. Aber halten Sie sich von Ihnen fern. Wir sind gefährlich und verzweifelt. Zweifelt! Man, nicht für mich scheiße. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Gott, ich hasse es hier. Das war's für heute. 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 Bucheintrag 340. Okay. Ich bin nah am Terminal. Wenn also tatsächlich irgendwann ein Schiff ankommt, habe ich einen Platz in der ersten Reihe. Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020